Let me rush our food 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 Ich will meine 100k haben Wir sind so gut alter, Gondel only Es ist doch erst jetzt nicht schwierig Mit 6000er Leitung wird das Video so lange zum hochladen brauchen Hä, und hast du gepaust, passt schon Ja klar, trotzdem Was machst du jetzt ein Part pro Tag? Mal gucken, vielleicht mehr, wie es geht Mit dem Rennen dann hochladen und so alles Das ist ja das ewige Arbeit, Alter Dann noch die Thumbnails erstellen Dann noch die Textbeschreibung Alles, alles Ist nicht so einfach hier Videos zu machen, hier Natürlich In der Beschreibung müssen wir alle dabei sein Natürlich Wir sind Wir sind Mit der homo, verliegenden, die 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 um Wir sind Und dann Wurzeln Wir sind Wir sind Wir sind wenn wir wollen den Platz nicht so nicht wieder bringen ich glaube ich glaube ich glaube ich verfolgen wir überlegen das einfach so wie die die Prozent die sind mit der Spiegel die Doppelpunkte bringen ohne die Achtung wir können nur den eigenen ich weiß nicht dass einer die aufnimmt glaubt mich das macht bestimmt nicht und es wird die Oblast mal oben bei uns ich glaube ich zu die Lärm zu so leicht war wir ja da schon nicht mehr in der Nähe von einem neuen ich will mich nicht übernehmen glaubt man ich habe mich selber getötet ich schieße es nach ja ich schließe es mit Strahlen rein und irgendein Vollidurt stellt sich einfach verformt wenn ihr Leben oder wo ist dein Afterlife ich bin ich mal wieder ich brauche die Ansturne nach oben und das war der Aufregung ich habe nur ein Buch er hat auch zu bleiben durch Verlangen ich bin ich nicht für alle jahre aus dem neuen erheben wird auch immer ein man kann man nicht mehr zahlen die sind ja nicht mehr und ich war noch halb drin aber auch die Wollte sich übertreiben hier Elie der Muster war auch er auch ausgehen mit einer Stelle kommen mir ist für ihn oder holt das hier die man anlegt Alex wie die Ehen die Römer schon wesentlich schwieriger wenn man überhaupt wollte von mir dann nicht so ein Ding nicht in den Gang schießen weil er einfach vor uns vornehmen wenn wir eine Runde bekommen können wir uns langschießen ja mit LMG einfach da reinbraten hey ich tue schreit nur weg mal ganz ehrlich ich tue mich wegen euch nur selber nicht wegen einer jahre ich bin nein 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 jaja ja mit mir wenn man kann er was manchen kann im Kugel unten war er wird auf den wer hat er auf ich bin nicht alle geordacht und werden die du ich nicht noch nie und nicht Kaleeeex! Ich wabers dich, man. Ich hätte mich schon nachladen. Ja, ja, ja. Wie soll ich nachladen, Alter? Ich kann von mir aus nach oben kaufen, aber... Ja, kauf mal, sobald du mir geht. Oh Gott, das... Obwohl es so ne 30 ist und wir so ne geile Challenge machen, das ist noch so easy. Ja, das war ne 30, das ist doch gleich selber, ne? Stell vor, man könnte hier so lang laufen. Hier, wo ich grad hingucke. Da die Treppen und so lang. Oh, Zombies! Oh, come on, you spawned. Die spawnen so in Massen. Ey, wer hier rausgeht, darf nur auf dieser Metall-Plattform bleiben, hier. Wo die Zombies runterfallen. Das ist hart. Ja, weiss. Scheiße, so hart hat die, okay. Ich will das vorunterspringen, wenn das geht. Ist das okay? Stimmt. Der Penner hier ist nur halb tot. Warum ist das so eingefahren? Was können wir denn machen, dass es schwerer wird? Ja, wo ist denn die schwierigste Position eigentlich? Ich glaub, das ist somit der schwierigste. Weil die direkt vor dir im Gesicht spawnen. Die blockern aber schwierigeres. Was meinst du denn, dass es noch schwieriger wäre? Weiß ich, aber es gibt doch bestimmt immer irgendwas schwierigeres. Naja, klar. Ist doch immer so. Ich überleg mir gerade, was es schwieriger ist geben kann. Eine Granate in der Hand überleben. Oh Gott. Das ist ja so. Beste Challenge, glaub ich. Wer kann am längsten mit einer Granate in der Hand überleben? Ich achte drauf, wer rausgeht. Komm hin. Oh, oh, oh. Noch gerettet in jedem so gut. Genau. Ich will ja nicht ein Mal schauen. Na, das sind jetzt schon die letzten, die von unten kommen. Ey, war mal auf uns aufs Board, man. Jungs. Dsch, Mann, der wir mal auf uns spawnen, Mann. Das war mal auf uns abstraben, Mann. Das war mal eine Wächterkommt. Ey, Mann, wo bleiben die eigentlich? Aaaa! Oh, ich bin rot, schön rot. Und ich bin nicht darum gegangen. Oh, 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 oh. Oh Gott, hab ich einen Lack. Ähm, naja. Ähm, naja. Oh oh. Oh, da kommen viele. Oh Gott. Wir erleben es einfach immer trotzdem. Wir sind so Götter. Oh, das war's. Wegen der Waffen von denen. Ja, töten wir uns jetzt oder nicht? Meinst du? Oder warte, lass den leben, lass den leben, wir dürfen jetzt rausgehen. Wir gehen kurz rum und überlegen uns was, was richtig, richtig, richtig schwer ist. Ähm, rüberfliegen. Nein, keine Perks. Rüberfliegen und einfach bleiben, bis wir recken, oder? Da müssen wir alle Sachen noch kaufen. Aber keiner, alle laufen. Ja, alle laufen, komm. Da müssen wir alle Sachen erstmal holen, meinst du? Ja, kommt alles, komm. Wir müssen alle in einem Raum laufen. Das ist noch schwieriger als so zu campen, glaub ich. Bei Speedcola. Ja, alle in den Wächterraum, alle in den Speedcola-Raum. Oh, das ist geil, Alter, geile Idee, Junge. Alle in den Speedcola-Raum, ne. In dieses kleine Gefängnis hier, äh, da wo der Tank steht. Was? Ne, in den Speedcola-Raum, alles Speedcola-Raum. Weil Speedcola-Leute, alles Speedcola. Speedcola ist heftig, älter. Ja, aber in dem Gefängnis. Oh, das ist teilig. Wir werden jetzt sterben, hundertprozentig. Oh, wir sind stark. Oh, wir sind stark. Oh, Gott. Was, der Wächter? Oh, Moni. Wir haben doch so ein unglaubliches Lack. Nicht Lack, Junge. Was für Lack ist das pures Können, Alter? Das ist übel, das Skill, Junge hat gesehen, wie ich den präzisen Headshot gegeben hab. Gottes ähnlich. Ist das nochmal eine Ahnung, Alter? Junge, wie viel Glück haben wir das? Wir können ja alles machen jetzt. Wir können ja auch ohne Hände spielen jetzt eigentlich, wir schaffen das. Hey, ich spiel die ganze Zeit mit einer Hand. Ich spiel die ganze Zeit ohne Hände, hallo? Das ist nicht so gut, Junge. Du musst das mal trainieren, mein Bauchnabel ist so trainiert, ne? Das spielt... Ich spiel's einfach mit dem Bauchnabel. Ja, mein Player reinkommt. Das nimmt einer das Fenster und der Rest nimmt... Das ist alles so einfacher eigentlich. Das ist ja unglaublich. Du kennst das aber nicht die ganze Zeit. Hey Basti, ich hab ne Challenge für dich. Die wäre... Mach mal eine Pirat-Runde. Wow, ich bin down! Nein, wir wollen die Challenge nicht. Was, was, was für ne Challenge? Nicht dir, nur only Basti. Für nächstes Video bis rund... Mach mal das Easter Egg, wie du denkst, ähm, als Pirat. Also mit Cam und wo du immer nur mit einem Auto spielst. Doch, sag doch mal voll crazy. Das wär echt Juli hart. Oh Gott. Die Clay muss hinlegen. Sail! Hatten wir dann noch nie! Gott. Ja, aber echt? Endlich mal! Ich hab schon gefragt, ob wir das überhaupt mal kriegen. Wie easy ist es bitte? Das ist ja unglaublich. Wenn wir diese Runde nicht verrecken, Junge, wie gut sind wir dann? Wir sind so schon übelst mächtig, aber... Und das Recording läuft immer noch. Nein, ich bin down! Oh Gott. Jetzt wird's richtig hart. Ihr schafft das. Ich glaub an euch. Oh, ich schock mal alle Zombies weg. Ich geh von mir selbst down. Oh, ich bin down. Wahrscheinlich. Ja, bin ich. Oh fuck. Oh, das ist doch unser Ende. So, Ende. Okay. Oh mein Gott, Alex. Ich liebe den. Ich liebe den. Ich schwöre. Junge, ich schreit. Ich schreit. Internet. Homopathy. Ich bin auch da. Komm, 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 komm. So, wir haben jetzt. Wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Oh Gott, wir sind so gottlike. Es ist nicht mehr zu fassen. Weil hier kommt Speedcaller dürfen uns aber kaufen, wenn er schon in dem Raum hier ist. Äh, nicht mal. Kommt bisschen zu spät, mein LMG ist leider schon leer. Also, scheiße. wieder selbst schaden, sondern strahlen kann. Ohne Mann, das ist doch unnötig. Ich pack's nur. Mach's den. Ach, das heißt. Ich pack's einfach. Ja. Ich schwöre, ich hätte Blundergett nicht, Mann. Ich hab einfach der Kiste mein Skill gezeigt. Die wusste, dass ich die bekomme. Ja, die wusste nur, dass du ohne die nicht kannst, Mann. Ja, der ist so. Ja, der ist ein guter Konter. Ich pack mit jeder Runde, mit jeder Waffe, alles, Mann. Die Bies, Zombie. Das ist einfach so. Oh, jo, 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 jo. seit zwölften Zombie-Mann das ist angebrochen, das ist angewachsen, das gilt alle zusammen, alle zusammen zwölf oder elf war ich, Alter weil Kollege immer gezockt Nein! Scheiße, ich hab nicht die meisten Kills Meiste Kids! Meiste Punkte! Naja, was? Ich hätte alles dabei, Alter, auch wenn die Wiederbelebung okay, Hedgehogs, wie viele Hedgehogs ich habe das war eine geile Runde, Alter und das als erstes Geld von Terry wie Bosshaft Unglaublich geil! So, jetzt beende ich es mal wieder So, jetzt sind wir in der Lobby So, erinnert mich, wenn ich irgendwas vergesse So, das war jetzt das Live-Kommentary 500, 600 Abospecials zusammen oder einfach so, erstes Live-Kommentary es kommen noch mehrere Live-Kommentaries sagt einfach, was ihr für Challenges haben wollt und dann machen wir das einfach in die Kommentare schreiben ich lese alle Kommentare durch und die anderen können ja auch mal ab und zu gucken So, dann verabschiedet euch, Ross-Zero Mhm, tschüss Tschüss Ritchie und Nele noch Hade! Haut rein! Haut rein! Bis zum nächsten Commentary Äh, wir werden nicht vergessen Kommentar schreiben, was ihr sehen wollt und bis zum nächsten Mal Haut rein! Abonnieren! 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 Okay, haut rein!